Du weißt, ich liebe das Leben, als man um dir will. Ich erzähle immer was. Keine Teppiche mehr. Was machst du denn? Und wo ist da der Unterschied? Moderne. Teppiche hatten ja schon die alten Römer. Ich verhandle aber noch wegen der Bezahlung. Ich hab schöne Sachen. Den Ring hier zum Beispiel. Den halten alle für Ecken. Fahren Sie 500 Meter und verlassen... Wie funktioniert denn das? Das ist der Programmierer. Fahren Sie 800... Warum müssen wir denn wenden? ...künftig redet in dem Alter. Jetzt noch. Machst du mir mal die Rechnung ab? Die Rechnung geht an mich.